Nice, gefällt mir. Und ich finde die Fallout einfach super. Also ich spiele auch zum Beispiel ja auch mit einer großen GUI. Ich finde es halt generell einfach für Videos und Streams zum Beispiel, also ich kann damit am besten spielen, aber für Videos und Streams, ist mir auch zum Beispiel aufgefallen, ist das halt auch einfach am nicesten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer kleinen GUI spiele, wäre, ähm... Halt Realtalk für den Stream finde ich ein bisschen unübersichtlich. Sei mal bitte ehrlich. Vielen Dank.